Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild! Wir sind auf Route 9 unterwegs in eine Stadt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass dort unser nächster Arena-Kampf stattfinden wird. Ja, und diese Route führt uns offensichtlich durch ein etwas winterliches Gebiet. Im Normalfall mag ich solche Gebiete eigentlich nicht so gerne, aber offen und ehrlich gesagt, die Routen bisher haben mich ja tatsächlich vom Spiel noch nicht so überzeugt. Weil, naja, wenig Herausforderung, ziemlich kurz. Jetzt, sorry, wenn ich da ein bisschen Kritik äußere, aber ich finde das schon etwas langweilig im Vergleich zu anderen Pokémon-Spielen. Aber ist ja nicht schlimm, es kann ja noch werden. Dabei haben wir noch die und eine andere Route. Ja, ist mein voller Ernst, es sind nur 10 Routen. Außerdem, ich habe die ganze Zeit schon wieder vergessen, dass ich eigentlich ein Fahrrad habe. Somit könnten wir eigentlich so viele Passagen schon ganz schnell überspringen. Wir hätten uns wahrscheinlich schon eine halbe Stunde wieder sparen können. Allein nur mit diesem Rad, aber naja, okay. Und da ist wie jedes Mal eine Brücke auch. Wie gewohnt. Hey, ich kann ageln. Geht das hier? Ja, nice. Komm, Carpador, let's go. Gleich direkt zum Einstieg. Ich weiß, da kommt ein Carpador raus, oder? Nee, was? Oh. Ein Goofer. Hey, mal was Neues. Also hatte ich bisher, glaube ich, noch gar nicht. Warte, kann ich... Es hagelt. Nee, nicht schon wieder. Nee, hatte ich tatsächlich noch nicht. Na gut, dann einmal Flammenwurf und dann hat sich die Geschichte hoffentlich eh schon wieder erledigt. Boah, Level 40 ist aber auch schon mittlerweile da... Hä? Das ist gar nicht Eis. Ich bin vollidiot. Ich bin zwar in dem Wintergebiet, ja, aber... Ich fange jetzt aus dem Wasser. Ist ja logisch, dass... Boah, Alter, direkt wieder Brain Legs am Anfang. Dankeschön, dankeschön. Ja, Leute, sagt nix. Das kommt davon, wenn man drei oder vier Tage lang kein Pokémon mehr aufnimmt. Apropos, da kann ich euch auch gleich ein bisschen was erklären oder erzählen, warum eigentlich jetzt die letzten drei, vier Tage eigentlich immer nur ein Video kam. Normalerweise waren es jetzt immer zwei oder so. Ja, hatte einen gewissen Grund. Ich kann es folgendermaßen erklären. Aufgrund der wir jetzt dann Semesterferien haben, heißt das ja logischerweise, dass in der letzten Woche meistens immer sehr zugeht. Zumindest jetzt bei mir gerade. Und naja, die letzten drei Tage war ich sehr lange in der Schule auch, beispielsweise. Also Mittwoch, Donnerstag war es bis halb neun oder neun am Abend. Ja, und der Freitag, der war dann auch nochmal so ein bisschen eigene Klasse. Auf jeden Fall hatte ich da sehr wenig Zeit und naja. Deswegen habe ich mich dann auf die ein Video pro Tag beschränkt, weil ansonsten hätte ich ja keine mehr. Da kam auch noch was Ungünstiges dazu. Normalerweise nehme ich ja immer auf, wenn gerade bei mir niemand zu Hause ist, außer ich, weil, naja, Lärmbelästigung, könnt ihr euch schon denken. Und, naja, aufgrund der mein Vater leider krank geworden ist, hat er ein paar Dienste wieder abgesagt. Und das wiederum bedeutet, naja, auf einmal hatte ich Zeitdruck. Und somit musste ich mir das leider einteilen. Jetzt gerade habe ich das Glück wieder. Aber ich kann nicht versichern, ob das nicht die nächsten Tage noch anhaltet, dass ich vielleicht nur ein Video am Tag hochlade. Aber ich will endlich mit Pokémon weiterkommen. Nicht zu vergessen, Animal Crossing ist zuerst Mitte März. Aber das steht eigentlich schon sozusagen unmittelbar vor der Tür. Vor allem, wenn man so nach Gaming geht. So, und ich kenne dich jetzt, ganz ehrlich, der nervt mich nur. Was ist das wirklich für ein Typ? Ja, okay, der hätte es jetzt nicht töten sollen, der hätte es fangen sollen. Mann! Aber ich glaube auch, wenn ich es nicht fange, sollte es ja danach schon angezeigt werden. Magenkrempler von Goof verwirkt. Hä, was macht der? Hat das jetzt irgendwer gecheckt? Nein, oder? Okay, ich auch nicht. Nein, immerhin. Okay, gut, links werde ich nicht mehr fangen. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Aber hier muss irgendwas sein, weil sonst würde die da nicht stehen. Ja gut, ich kämpfe einfach mal. Wenn Tränen sich begegnen, wird gekämpft. So einfach ist das. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Aktivität wieder beizubehalten. Ich meine, normalerweise. Sollte ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Ihr kennt meine Vergangenheit. Da hatte ich Tage, da war ich froh, dass ich überhaupt meine Woche täglich was hochgeladen habe. Und was machst du jetzt? Ein Monat lang fast zwei Videos am Tag. Hallo? Das ist ja komplett eine andere Liga. Hatte ich von mir selbst nicht erwartet, dass das so gut ist. Ich hoffe aber jetzt mal, dass sie es wenigstens mit Wasserdüse. Danke, okay, ich kann gleich direkt wieder wechseln. Ich weiß, wie das sonst gehen wird, nicht wahr? Jupp, wenig anders zu erwarten. Obwohl, vielleicht klappt es ja mit Next Strike. Ich probiere es einfach mal. Boah, das ist ein Hagel. Jetzt entfinde ich nichts anderes. Knirscher, ja, dankeschön. Ha! Hat er seinen Zweck erfüllt. Ah, Verteidigung sinkt. Ah, okay. Das ist schon etwas dumm. Aber der Next Strike klärt für uns. Beste Combo überhaupt. Funk der Flammenwurf nicht automatisch. Next Strike und Rest in Peace. Aber es ist jetzt, glaube ich, eh fast immer der Fall, dass wenn das eine nicht effektiv war, das andere voll effektiv war. So, was kommt jetzt nächstes? Land Touren. Eieie, ich kämpfe auch mal weiter. Ich glaube, das ist Wasser. Scheiße. Da brauche ich es gleich probieren. Komm, Next Strike, vielleicht jetzt One Hit. Haben wir Glück? Nee. Oh, das ist ein Kofu-Strahl. Warte, das heißt, ich bin verwirrt, oder? Ja. Verdammt. Und so wie ich mein Pech kenne, werde ich jetzt wahrscheinlich mir selbst Schaden machen. Ach, die wird auch getroffen. Ja, lol. Skunting macht sich Sorgen. Hey, warum denn? Ist doch alles locker easy. Außer wenn der sitzt, mich selber hittet. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Boah, Mann, warum was? Ja, jetzt kommt Paralyse auch noch dazu, nicht wahr? Oh, ich glaube, ich glaube, da ist mal ganz schnell eine Heilung nötig. 28, nee, das überlebt er nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Level 47 sind wir mittlerweile schon. Boah, Alter. Hätte ich mir von ein paar Folgen gar nicht erträumen können. Ich kann mich noch erinnern, wo alle noch Level 20 waren. Ich dachte mir so, ey, das geht einfach nicht weiter. Da passiert nichts. Also, ein bisschen so wie in Zeitlupe ist mir das vorgekommen, diese Level-Ups. Und mittlerweile Level 47 denke ich mir so, what? Wart'n da los? Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay, er setzt sein. Danke, Pech. Danke. Du hast mich verschont. War das jetzt schon das Letzte? Ich habe mal wieder nicht geguckt. Okay, Level up für FM. FM versucht Ruheort zu erlernen. Uh, ne Heil. Ne Heilding. Das lerne ich auf jeden Fall. Start. Also, Super-Zumper halte ich auf jeden Fall. Ja, komm, Flügelschlag weg. Der Luftschritt allein reicht vollkommen. Aber Ruheort echt. Ich meine, FM hat leider das Problem, dass er meistens überworn ist. Deswegen ist das Ruheort sowieso, naja. Wenn er dann die Weiterentwicklung hat, dann wird das wahrscheinlich sehr viel wirksamer sein. Und was hat es mir jetzt gebracht? Außer, dass der... Achso. Hä? Also, ich habe es auf jeden Fall berührt. Eigentlich sollte ich kämpfen, aber okay, gut. Dann halt nicht. Dann marschiere ich weiter. Was ist das denn? Ah, der Pelikan ist auch da, oder wie der heißt. Warte, ich gebe mir jetzt das erstmal. Okay, da gibt es zwei verschiedene Sorten. Also, es ist ganz klar auseinanderzuerkennen, dass das eine die männliche und das andere die weibliche Version ist. Die Frage ist, auf was setze ich? Ich setze aufs männliche. Apokalyp. Noch nie zuvor gehört. Skuntank würde ich... Hä, was, das habe ich jetzt gar nicht lesen können. Ja gut, wie dem auch sei. Schauen wir mal, was der Kerl kann. Ja, okay, das ist schon mal nicht effektiv. Verdammt. Setzt Lake ein. Ja, okay, gut. Das ist... Das sollte Erklärung genug sein. Und das Hagel kommt auch noch dazu. Verdammt. Ah, haha. Was mache ich denn da? Ja, komm. Warum nicht? Habe ich schon länger nicht mehr eingesetzt. Genesung hat der drauf. Da hell? Hast du dir vom YouTube abgeguckt? Ich weiß aber trotzdem, das ist gerade etwas... Also, jetzt bin ich schon etwas überrascht. Das war gerade eine nicht so geile Surprise, aber gut. Okay, wenn ich... Der ist ja vielleicht sogar nützlich dafür später. Ich werde mir überlegen, ob ich den fange. Oh, nee, nicht mal Kreuzschere. Hat irgendwas. Und wieder Genesung. Als ob das so einer ist, der was nur Genesung einsetzt. Ich hasse ihn. Ja, super. Als ob du das wirklich vorhast. Aber er wird auch verletzt. Habe ich irgendwas für Angriffssteigerung auf die Schnelle? Hebt den Spezialangriff als Pokémon im Kampfstark an. Die Wirkung wird in dem Austausch... Ja, okay, ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ne, gibt es irgendwie so eine Frucht, so eine Beere. KP, AP-Filters, äh... Erwachtest du durch zum Schlaf? Ja, ja, ja. Hey, brauche ich alles nicht. Verbrennung, eingefroren, Start, das... Ach, ich habe da gar nichts dafür. Witzlos. Ja gut, dann muss ich das wohl... Wohl und übel doch einsetzen. Auf jeden Fall, vielleicht hilft der Schaufler dann. Oh, shit, okay, jetzt muss ich aber echt schnell sein. Weil sonst ist es zu spät. Also sonst habe ich auch unnötig in die Kapsel auch noch verschwendet, okay. Einmal Schaufler, enttäusch mich nicht. Fär mich cooler, darf auf jeden Fall als erstes ran. Das ist schon mal was Gutes. Er setzt echt wirklich Neesung an, ey, so ein... Nee! Ich sage jetzt nicht das, was ich sagen will. So ein Langweiler, der kostet mir nur wieder Zeit. Ja, schaut euch das mal an. War irgendwie so klar, oder? Ey, Mann, ey, ich kann jetzt nicht mal nochmal Schaufler... ...anwenden, weil der ist eh wieder full. Das lohnt sich gar nicht. Vielleicht reißt die Kreuzschere noch irgendwas, bitte. Bitte. Hat verfehlt! Wieder Genesung! Hat der irgendwas anderes drauf, außer die zwei Attacken? Nee, oder? Ich bin ratlos. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Also Fär mich cooler muss auch wieder raus. Das gibt es nicht, dass das so oft Genesung einsetzen kann. Irgendwann muss das ja mal zu Neige gehen. Eine Methode hätte ich dann noch, und zwar FM wegen Superzahn und sowas, aber naja. Zieht halt auch nur die Hälfte ab. Und das gezielt. Der setzt echt wegen jeder kleinen Scheiße die Genesung ein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber vielleicht reißt das Polypur beim Pflanzattacken. Ich hoffe einfach mal. Aber es ist auf jeden Fall so ein ätzendes Pokémon. Gigasauger. Wenn du Wasser bist, müsste das Schaden machen. So ist es auch. Das Problem ist, der hat so viele verdammte KP, dass es den nicht juckt. Spuckball! Er hat doch noch was anderes. Ja, Respekt. Respekt. Dass ich das noch sehen darf. Aber ätzendes auf alle Fälle. So, mal schauen. Bist du down? Er ist down, danke. Also eigentlich wollte ich ihn ja ursprünglich fangen, aber ich heilte von Genesung jetzt eigentlich nicht so viel. Muss ich auch sagen. Außer beim YouTube. Das ist absolut geil. Aber ansonsten hasse ich normalerweise die Genesung. Weil es einfach zu viel heilt. Okay, auf die weibliche Version lasse ich mich gar nicht ein. Aber den Pelikan könnte ich noch schlagen. Wartet, das mache ich. Achso, warte, ich habe Skunkab Tank noch. Scheiße. Das ist jetzt etwas kritisch. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Sorry, an der Stelle. Aber irgendwas, was ganz kurz 150 hier... 120. Warte, nee, dann nehme ich doch... Dann nehme ich doch den Hypertrank. So eine blöde Idee mal wieder. Aber der Pelikan müsste eigentlich sozusagen... Ich glaube, der müsste Wasser auch sein. Generell hier fast nur Wasser-Pokémon. Das ist irgendwie schon komisch. Für ein Wintergebiet. Ich hätte mich eher auf Eis spezialisiert. Weil dann wäre das Gebiet eigentlich gar kein Problem. Weil der rasslich mit Skunkab einfach durch mit Flammenwurf. Ist eh logisch, aber... Naja. Offensichtlich haben die da ein bisschen was dagegen. Fehlgeschlagen. Haha. Ja, belastend. Aber der wird auch wieder von Hagelkörnern getroffen. Ich könnte es jetzt mal probieren mit Flammenwurf. Ich weiß, dass es nichts bringt. Deswegen, ich setze mal Giftschock ein. Eventuell vielleicht. Bringt es ja was. Es bringt sogar sehr viel. Aber jetzt kommt... Ah, jetzt kommen die Hagelkörner. Gut, die killen den. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich fang mir das. Aber... Der wird es nicht überleben. Glaube ich nicht. Keine Chance. Da war so ein bisschen zu viel Kraft dabei. Wäre auch noch geil. Irgendwie später mal in den Pokémon-Teilen die Kraft einstellen. Bei wilden Pokémon-Kämpfen. Weißt du, so eine Regel, dass du sagst... Wirklich volle Kraft oder... Hä, was... Bin ich gehealt? Ja, bin ich. Deswegen kämpfe ich. Puh, das war jetzt eine krasse Überraschung wieder. So, wer ist denn das? Tänzerin Virginia fordert dich heraus. Spricht man das so aus? Oder Virginia? Nee, Virginia spricht man das aus. First Virginia. Das fällt mir sofort ein, das Lied. Take me home. Ich glaube, man spricht Virginia aus. Okay, das ist auf jeden Fall Eis. Erzähl keinen. Komm, mach viel Schaden. Genau, das ist Eis. 300%. War so klar. Wie viele Points? Ah, 300. Okay, es war tatsächlich eins der schwächeren Sorte. Halt, aber krieg ich schon wieder Hagelkörner ab. Blubella. Ist... Pflanze. Ja gut, weiterkämpfen. Machen wir kurz einen Prozess. Level 39 vor allem. Was willst du denn damit bitte? Also ich hab schon das Gefühl, dass wir teilweise zu overpowered sind, aber naja. Lieber overpowered, also leicht overpowered, anstatt irgendwie komplett geschwächt. Ich meine, am Anfang, wie gesagt, hatte ich schon mega große Probleme. Bei vielen. Wie gesagt, ich hab nicht einmal auf die Schnauze bekommen. Denkt an den ersten Arena Leiter, den wir hatten. Das war so ein Krampf. Aber mittlerweile bin ich voll drin. Gut. Besiegt. Blubella hab ich, glaub ich, das ganze Spiel noch nicht gesehen. Das erste Mal jetzt, glaub ich. Drei Level ab direkt. Interleon Level 47. Fulipurva 44. Und Fermicula 43. Jawohl. Richtung 50 geht's mittlerweile. Für die ersten beiden. Skuntik fast Level 48. Ein Kampf noch und dann hat er das, sag ich. Boah, ich... Ihr gebt echt ne klasse Kombi ab. Eure Attacken sind abgestimmt wie Tanzschritte. Jo, danke. Dankeschön. Ich hab schon wieder irgendwas gehört. Ach, das war oben. Mit dem Pokémon. Okay. Ich setze mal das Rad einmal schauen, wo ich hinkomme. Route 9, Kierchesterbucht. Okay, es ist wieder ein anderes Gebiet. Hier ist Wasser. Kann ich da... Nee. Ich wollte es gar... Team Yell. Okay, erstmal heilen. Aber ganz schnell. Kein Risiko. Weil auch die haben mir letztens noch Probleme bereitet in Claw City. Alter, wie alle mittlerweile schon so stark sind. Da hätte ich schon wieder so richtig diese Lust, einfach den Spielstand zu löschen und neu anzufangen. Nee, passt schon. Gut, ich bin Fool. Dann... Auf geht's. Ey, das ist ja wieder dasselbe. Hatten wir das nicht schon mal? Wir lassen niemanden nach Spike fort, klar? Das heißt, für Nasen wie dich und auch für alle anderen ist Route 9 Tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Yell feiern Kaimann total. Sieh es dir nur an. Ist es nicht einfach großartig? Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stört, nur um auf ihm übers Wasser gesch... Was? Übers Wasser geschippert zu werden. Ach, der ist ein Transportmittel, okay. Eventuell vielleicht. Das ist mir schon klar. Deshalb versuche ich euch ja die ganze Zeit zu erklären, dass ich das Rotumrad und meine Funktion ergänzen kann. Die es über das Wasser fahren lässt. Oh! Ja, das ist nett. Oh, du kommst wie Geruf, Arena Challenger. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich hab noch was gut bei dir. Du weißt schon, weil ich dir das Rotumrad geschenkt habe. Sag doch bitte so gut, du verpasst diesen Rübeln eine Lektion. Okay, das Rotumrad wird um eine Funktion erweitert, dann später. Nicht schlecht. Du wirst keinmal kein Haar krüben, klar? Wir beschützen es vor Heinis wie dir. Die Sache mit der Arena Challenge solltest du also besser aufgeben. Hier ist für dich nämlich Endstation. Oder willst du das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Na klar. Von dir hab ich keine Angst. Dann mach dich mal auf eine Abramung gefasst. Alles für kalmer. Das Ole spare ich mir jetzt. Weil sonst stürzt es im Endeffekt noch auch, dass ich dir hab. Das könnte echt passieren. Okay, aber es ist ein Einzelkampf. Es fängt mit Gerardax an. Wie gewohnt. Also das Rotumrad bekommt anscheinend eine Funktion über Wasser zu... Ach, das ist das, wo ich dann über diese Teiche in der Galami noch komme. Ja, nice. Ey, da freu ich mich schon drauf. Okay, Flammenwurf. Das hole ich mir sofort die Funktion. Ah, scheiße. Das... Okay, das jetzt die noch klauen wird sein. Okay. Und der Hagel kommt auch noch dazu. Na gut. Das sollte eigentlich jetzt geregelt sein. Weil der wird auch getroffen. So, weiteres Mal Flammenwurf. Ich sollte aber trotzdem sparen. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis nach Spikeford. Sollte sie ausgehen. Nice. Vor allem, was erwartet mich eigentlich ein Spikeford als nächstes? Das fragen mich eigentlich auch. Welche Arenaleiter? Stimmt, da kann ich noch kurz was auf... Äh, Gift... Was? Giftfälle? Äh. Äh. Okay. Anwender bespritzt das Team mit einem speziellen Giftfluss. Er senkt den Angriff, den Spezialangriff und die Initiative von vergifteten Zielen. Ja. Brauche ich nicht. Oh, Parfizil, 45 habe ich nicht gesehen. Ja, nice. Ne, also ich habe am Anfang wieder... Pandagro! Okay, weiter kämpfen. Ich habe am Anfang erklärt, dass ich angeblich auf den Stein-Arena-Leiter warte. Da kann ich mich noch erinnern in der letzten Folge. Ja, da habe ich ein bisschen wieder mal Crap erzählt, denn es gibt in der Version angeblich gar keinen Stein-Arena-Leiter. Der ist angeblich in der Schwert-Version drin. Und dafür habe ich diesen Scheiß-Eis-Typ bekommen. Der mich schon... Der mich letztens wirklich ordentlich strapaziert hat. So, Pandagro ist Kampf um Pflanzen im Normalfall. Hoffe ich jetzt mal. Ne, man hat's angepasst. Danke für nix. Der ist nur Kampf. Aber solange er nur Verhöhner einsetzt, habe ich ja keine Angst. Was bringt der eigentlich? Verhöhner. So, next strike, komm. Beende es. Jo, bestimmt. Bestimmt. Danke für nix. Ja, okay, mit dem kommst du aber genauso weit. Wie viel KP hat denn der eigentlich? 200? Locker. Der Hagel setzt ihm auf jeden Fall mehr zu. Ich probier's nochmal mit Gift-Shock, eventuell. Vielleicht hat er das Effektivität. Jo, tatsächlich. Wann hat sich der mit dem Pandagro gefangen? Frag ich mich eigentlich. Hat er denn in der Vergangenheit mal ein Pampam? Und dann hat sie sich entwickelt. Ist auch möglich. Der ist auf jeden Fall besiegt. Ich will echt einfach nur nach Spikeford zurück. Ach so, die kommen wahrscheinlich gar nicht nach Spikeford. Weil die keine Funktion haben oder keine Fähigkeit dafür. Wenn man nichts unternehmen, wird der da auf den Kanal reiten. Kamalm. Auf den Kanal reiten, genau. Hey, ich hab die Idee. Wir reiten einfach selbst auf Karma und machen uns vom Acker. Ja, mal los Karma. Auf Wiedersehen, Arena-Challenger. Ich glaub, der hat auf das nicht so Bock. Jo. Verpasst. Ach nee, warte. Ach, schade. Die sind echt entkommen. Puh, da hast du mir noch glatt schon wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft's da so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit Rotomrad auch übers Wasser fahren könnte, oder? Tja, du hast Glück. Denn damit du genau das tun kannst, werde ich es etwas für dich modifizieren. Du erhältst dein Rotomrad. Du verschloss es ein... Ja. Ein Fahrrad, das... Es wurde nicht nur ein Rotomrad... Ja, okay. Es ist einfach nur eine Erweiterung. Im Acker-Modus kannst du mit dem Rotomrad ganz geschmeidig übers Wasser radeln. Wenn du jetzt am Land fährst, befindet sich der Rotomrad im Land-Modus. Okay. Finde ich ja krass. Dann probiere ich das gleich mal. Wer gerade gesagt hat, weil ich das Rad fleißig verwende... Ja, ich habe es ein bisschen verkackt. Ah ja, so sieht das also aus. Mega geil. Im Endeffekt bekommt es nur Schwimmflügel, wenn ich das richtig sehe. Warte, was ist das, ein Item zu tragen? Agiert das Ziel zuerst, erhöht sich die Genauigkeit des Trägers. Jo. Bei mir steht schon wieder irgendwer vom Fenster. Ich könnte echt heulen. Das regt mich immer so auf. Aber hier sind jetzt wieder nur Wasser-Pokémon. Okay, da muss ich... Da muss ich kurz meine Taktikwechsel machen. Äh... Wo habe ich... Äh... Natürlich wieder rausgehen. Mehr könnte es nicht. Achso, ich bin der falsche Ding drin. Da setze ich nämlich jetzt einfach mal Fully Purva an erster Stelle. Ich gehe kein Risiko ein. Pflanzattacken sind sehr effektiv, ich weiß. Aber wo muss ich da jetzt hin, ist die große Frage. Hier ist überall... Ach Gott. Was ist das denn? Das ist ein reines Labyrinth. Ist das ein Wasser-Ding? Oh nee, in dem Gebiet, wir werden so lange ver... Sind das auch Kämpfe? Was ich hier bestreite? Nee. Na, was sagst du zu meinem geheimen Strand? Es ist ein wunderbarer Paradies inmitten des kalten Rociers. Klein, aber fein. Da du extra hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. Okay. Oh, da ist ein TM-Versteckt. Taucher. Anwender taucht in Runde 1 ab und greift in Runde 2 aus der Tiefe an. Okay, ist ein bisschen wie Schaufler, nur die Wasser-Edition. Mit der Tachetaucher können Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Fast wie hier an meinem kalten, abgelegenen Strand. Ja. Ach, also wenn ich die da angucke beim Winter, so rumlaufen, der Helder wird mir gleich direkt ein Tauchball. Ach, für die Wasser-Pokémon. Na gut, dann gehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau hin muss. Ich werde zu safe in den Kampf verwickelt, irgendwie. Was ist das da wieder für ein Gang? Warte, eh, eh, Rad, Rad, Rad. Wie kannst du das bitte steuern? No joke. Das Rad ist echt ein kompletter Witz. Sollte aber dennoch hier jetzt ein einfacher Kampf für uns werden. Zeig, was du kannst. Jo moin. Erholung hat der drauf. Ach so. Ah, genau. Das ist die Relax-Attacke, glaube ich, oder? Also da pennt der jetzt zwei... Oh. Okay, okay. Ja, verstehe schon, verstehe schon. Danke. Ich halte ja schon mein Maul. Aber der heilt sich jetzt nicht jede Runde voll, oder? Warte mal. Nee, der heilt sich nur einmalig, okay. Aber bitte nicht töten. Ich will mir den fangen ganz kurz. Ey, der Kampf läuft schon nicht schief. Warum machen sich meine Pokémon jedes Mal Sorgen? Der läuft schon nicht schief. Ich setze meinen Tauchball ein. Ich glaube, der ist hier am effektivsten tatsächlich. Auch wenn der Kollege schon Level 40 ist, aber ich bin zuversichtlich. Jo. Hat funktioniert. Boah, Mann, aber die XP-Ausbräuchte ist mir wieder ein bisschen schlecht. Leider. Leider. 130 Kilo wiegt der Kollege. Verschluckt es eine große Menge Meerwasser, wird sein Körper elastisch wie ein Ball. Es frisst täglich eine Tonne Nahrung. Äh, ja. Hungersnot in coming. Alter, eine Tonne am Tag, wirklich jetzt? Krass. Na gut, ab in die PC-Box. Hammer den Kollegen auch, aber was ist das hier für ein Gang? Ich soll da aufpassen. Okay, hier ist wieder ein TM. Steinhagel. Steinhagel. Nice. Schleudert riesige Felsen auf gegnerische Pokémon, die eventuell zurückschrecken. Okay, wird eine Attacke sein, die ich jetzt nicht unbedingt zwingend brauche, aber bitte. Eine nette Erweiterung ist es trotzdem. So, hör mal wieder, dass er... Hahaha, mir ist gerade was runtergefallen. Ich wundern. Meine Wasserflasche. Hä, was ist das jetzt? Wo bin ich hier? Hä? Ich muss kurz mal auf die Karte gucken, ich hab null Plan. Ach, ich bin jetzt... Warte. Achso, ich bin schon den richtigen Weg gelaufen. Ich dachte, ich wäre... Warte, kämpfe ich gegen die eventuell? Ja. Okay. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ich wollte kurz überprüfen, weil die vorige hat ja nur gelabert. Ach du Scheiße, Farbeimer gefallen. Schon wieder. Was hatten die drauf? Agustrella. Das sieht stark nach... Keine Ahnung, was auch immer aus. Es gefällt mir auf jeden Fall nicht. Es hat Stacheln. Sehr fiese Stacheln. Bunker. Schützt sich selbst sehr super. Mhm. Ich hab's befürchtet. Warum auch immer. Aber schade, nimm doch trotzdem mal so bitte. So, nächster Gigasauger. Dein Ernst? Wenn du das jetzt die ganze Zeit durchziehst, dann hasse ich dich jetzt schon. Ich glaube, ich wechsle auf Skunkapur, weil der hat... Na, Scheiße. Scheiße, der hat ja gar nicht mehr Offenlegung. Das hab ich ja verlernt. Mann, nicht wirklich. Sternschauer eventuell. Ja, okay, jetzt darf ich als erstes. Danke. Gift-Jog. Ja, okay, ist sehr effektiv, aber zieht trotzdem nicht allzu viel ab. Welches Level ist denn der überhaupt? 39 wieder. Ich glaube, es geht sich aus. Gigasauger, bitte. Kein Bunker. Ja! Nice, jetzt bist du geschlagen. Hä? Warum denn? Das ist doch Wasser, hätte ich gedacht. Oh, shit. Jetzt wird's kritisch. Boah, was soll ich tun? Ja, ich muss wechseln auf jeden Fall. Anders geht's gar nicht. Na komm, Parfum. Mann, ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber ich dachte, das wäre jetzt kein Kampf. Aber vielleicht ist Parfum ganz effektiv. Okay, das hält ja schon mal ganz gut aus. Sehr gut. So. Diebeskuss oder Psychokinese? Ich sag Diebeskuss wegen Heilung. Let's go. Zieh bitte viel ab. Hat sich jetzt gelohnt, nicht wahr? Nee, eigentlich nicht. Boah, Mann, ey. Warum habe ich immer dieses Pech, dass ich mich bei den... Wenn ich rate, dass ich immer falsch rate. Und der nächste Hagel. Aber er hat nicht mehr viel. Das ist das gute Psychokinese. Das hat sie mir jetzt gegeben. Und das war sogar effektiv. Ja, nice. Ich hoffe, die hat jetzt nicht noch so ein Pokémon. Nee, das war das Einzige. Sind das etwa die Grenzen der Wasser-Pokémon? Nein, es gibt noch so viel auszuprobieren. Aha, auf jeden Fall. Am besten nicht immer Bunker-Wahnwenden, weil das ist halt defensive Attacke, die... Naja, auf die ich keinen Bock habe. So, da glitzert's. Einmal Top-Elixir. Füllt die AP aller Attacken eines Pokémon vollständig auf. Das ist echt effektiv. So, hier glitzert's auch nochmal. Eine Perle. Sie ist von geringem Wert. Okay, okay. Gut. Also, es gibt da drüben aber dennoch noch etwas zu erkunden. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute.